Schönen guten Tag, mein Name ist Huli Nerdos, wie darf ich Ihnen weithelfen? Nix geht hier mit der Scheiße, gar nix hier. Was haben Sie denn genau für ein Problem? Können Sie das mal genau schildern? Es funktioniert einfach nix. Okay, fangen wir mal ganz anders an. Wie lautet denn Ihr Name? Müller. Okay, Herr Müller, was machen Sie denn da gerade genau? Ja, das Scheißgerät, das funktioniert einfach nicht. Okay, haben Sie denn auch wirklich geschaut, ob das Ding auch Strom hat? Ja, hier, Audio, TV, Fernseh, DVD, ole ole. Okay, es handelt sich also um ein Multimedia-Gerät. Haben Sie denn auch alles geprüft, alle Stecker? Ah. Okay, haben Sie denn auch mal den Schalter angemacht? Na klar, ich bin ja nicht doof. Leuchtet denn da, machen Sie nochmal den Schalter an, machen Sie das mal. Ah, jetzt ist da Licht. Ja, geht das Gerät jetzt auch an? Ja, jetzt geht's. Ha, warum ging das denn vorher nicht? Ich hoffe, Sie haben jetzt noch viel Spaß mit Ihrem Gerät.